8.09 Club Essen. Selbst Reve Tuga spielt bessere Musik als der DJ. Der Preis von zwei Bier ist nicht durch zwei teilbar und es gibt keine Preisliste, die man eigentlich haben sollte. Rückweg war besser, als der gesamte Clubbesuch. Wenn ihr eure Kinder das Feiern abschrecken wollt, dann schickt sie zu 8.09. Die Musik war die größte Körperverletzung, war mal ein gutes Lied da, dann wurde es nach wenigen Sekunden schon wieder überspielt, schlechter DJ, Preise zu teuer.